Jo Freunde was geht ab? Ich hoffe euch gehts gut. Genau wie ihr seht es hier schon. Ich finde das sind die besten Lebkuchen alle. Mit Schocki und vorne weiß ich wie man das nennt das da. Heute ist mein Thema Lebkuchen. Und genau ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Lebkuchen feiert. Sehr aktiv, sehr schmerzhaft, mit einem guten Käffchen dazu. An den Kaffee trinke ich gar nicht. Mit Cola oder ein Ding trinke ich dazu sehr gerne. Mit Softgetränken oder was trinke ich noch. So heiße Getränke trinke ich gar nicht. Schmeckt mir gar nicht. Kann ich auch mal ein Thema machen. Habt ihr mal Bock drauf? Und ja man. Also ich sag wieder schon reingehauen. Thema Lebkuchen ist sehr aktiv, schmeckt sehr gut. Wie schmeckt es denn euch Freunde? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mal gespannt. Und genau. Ich sag wieder schon reingehauen. Natürlich wieder bis morgen. Ciao, ciao. Ich sag wieder. Ich sag wieder.